Opa Kim? So, jetzt ist ja so, wenn du die Schanzkränke bist, ein bisschen wieder mit dem Buch, oder? Auch wenn du siehst du oder? Und du musst du ja... ...schuhen dann mal ganz hoch und du musst dir deine Klinik mal zu holen. Und du musst das nicht mehr so... ...schuhen dann, dass ich da nicht mehr so... ...so, ja, aber was passiert? Ja, aber was passiert?